Jetzt in vorne haben wir schon die Strecke. Schön. Glaubst du, das macht jetzt was aus, dass die hinten nicht drin sitzt? Siehst du, das ist wieder schöner einlenkt hinten? Das ist krass, oder? Das Gewicht hinten macht total was aus, oder? Oder darf es einfach jetzt besser aus? Guck mal, das hast du schon wieder. Jetzt probiere ich mal den schönsten wie ich. Mach sie mal enger an und tu sie mal später herzwingen. So, jetzt, jetzt stellst du sie mal an. Jawohl, so ist es schön. Fast zu viel dann, gell? Jawohl, geil. Bei der hier weiß ich gar nicht, wie man die machen soll, ehrlich gesagt. So kriegst du schon, aber das Schönste ist anders, ne? Moritz, bitte, 8 Hütchen aus dem Reise geschmeißen. Ja, muss aufpassen, da schießst du dich halt auch gleich mal raus, gell? Langsam, langsam, zu Ende, zu Ende, zu Ende, zu Ende. Ja, machen wir schon, ich lenke ein bisschen quer. Sonst bist du dran. So, jetzt. Jetzt Freundchen. Jetzt hat es mir schon ziemlich gepasst, ne? Jetzt passt es geil. Aber ich glaube.